Hallo und herzlich willkommen! Ich bin gerade an... ...überleben. Okay. Wir spielen heute auf der Seite der Menschen... Wir spielen heute auf der Seite der Menschen. Wir sind heute mal auf einer vollkommen anderen Map. Die haben wir bislang noch nicht gesehen. Ähm, wir wollen heute als Trapper sowohl als auch... Ich sehe hier gar nichts. Tagsüber zu spielen ist... Deswegen habe ich jetzt gerade... Wo kommt der her? Wo kommt der her? Das heißt, wir werden das so machen. Uh, der Server ist mega voll, deswegen hängt das ein bisschen. Äh, ich muss jetzt mal als Trapper reinkommen. Ich habe noch nie den Trapper gespielt. Und ich habe es eigentlich auch nicht nochmal vor. Ähm, das ist verstörend. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich muss gleich den Server wechseln, weil der... ...ziemlich voll ist und nur am Ruckeln ist. Das heißt, äh, wir werden kaum eine Chance haben, hier ein ordentliches Bild hier zu kriegen. Laden nach! Nee, komm, warte mal. Wir wechseln am besten den Server. Ich mache das gleich mit euch gemeinsam. Das ist ja mal... Ich gucke mal die Headsets gleich hier. Ich hasse es, mit Headset aufzunehmen. So, wir werden den Server wechseln. Und ausnahmsweise spiele ich heute... Oh! Rex Rampage hat nur sieben Mitglieder. Da joinen wir direkt mal. So, wir... Ich fange am besten nochmal von vorne an. Sobald es losgeht. Sobald es losgeht, natürlich. Sobald es losgeht. Geht gleich los. Es lädt noch. So. So, und wir spielen heute... Okay, ich fange am besten nochmal von vorne an. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Primal Canet. Ähm, jetzt muss ich eins sagen. Ähm, wie gesagt. Wir spielen heute auf der Seite der Menschen und der Saurier. Wir machen ein... Shuffle-Huffle-Dance wieder. Und zwar, ähm, jeweils immer als, ähm, Trapper. Und warum mache ich jetzt die Handbewegung? Halt die Hände wieder auf die Pasta, Ton und Maus und whatever. So, äh... Ja, wir spielen heute auf der Seite der Menschen und der Saurier. Und zwar als einmal den Oviraptor. Als... War toll. Ich komme hier nicht hoch. So. Wie umgehen wir jetzt den... Lade nach! Bewährung, Steuerung! Nein! Shit! Okay, wir spielen heute als Raptor. Das heißt... Äh, äh, äh... Ne, ne, ne. Ein Raptor spielen wir dann... Ich weiß nicht, heute ist die Sprache schwer. Die Sprache ist heute sehr schwer. Ähm... Warte, 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 warte. Und wir von hier aus interaktieren. Nein! Das heißt, wenn wir jeweils immer zehnmal tot gehen, heißt es, dass wir wechseln müssen. Äh, und zwar auf den Raptor. Aber... Das wird ein schwieriges Unterfangen werden, da wir ja auch zum allerersten Mal den Trapper spielen werden. Und, ähm, ich sag jetzt schon mal, das Handling des, äh, Trapper ist einfach. Äh, man kann hier, wenn man so runter scrollt, kann man wechseln auf, äh, Schuss. Und... Ich hab doch geschossen. Hä? Ja, tretet... Tretet doch noch auf mich drauf! So, das war Nummer drei. Ähm... Es ist auch mal angenehm, so kleine Runden zu haben. Okay, die Uhr sagt zwar was anderes. Aber, ähm, es sind halt nicht so viele Leute drin. Und das ist wirklich sehr angenehm. Weil es dann auch nicht so sehr ruckelt. Weil, wenn der Server nämlich immer so durchgeknallt voll ist... Der Zug, der Zug, der Zug, der Zug, der Zug. Lade nach! Nein, ich hab... Ah, das war die Quatsch-Taste. Hallo, nachladen! Doch, schütt an mich. Ich schieß auf den Rex, alter! Alter, wie viel nimmt denn der? Alter, der Rex hält ne Menge auf. Achtung! Ähm, kann man mal einer verraten, was hier los ist? Ähm, hallo? Kann mir jemand bitte helfen? Nicht auf mich schießen, ja? Kumpel! Ich hab'n Stoker gefunden. Alter, es läuft doch grad so gut. Was macht denn der immer mit den Waffen? Komm, klar! Wann geht denn der mal tot? Nein, nicht doch! Ich glaube, die nehmen wir dann auch doppelt schaden. Warte, ich antworte dir gleich. Warte. Ich hab' hier bloß grad einen Raptor, der an meinem Arsch glückt. So, jetzt antworte ich dir. Oh, was ist mit diesem Karnosaurus sehr schief. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat der einen Knack. Und ich bin bald out of order. Das heißt, es kommt ein Rapport. Und ich hab' keine Munition mehr. Ich muss abhauen. Tschüssi! Nein. Lass mich bitte hier loaden, ne? Ich brauch' mehr Nets! Oh, da hat er, oh, da hat er mich. Oh, 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 ist das, ist das mies. Ich würde eigentlich gerne noch heute gar nicht als Frapto spielen wollen, sondern wirklich komplett nur als, ähm, drei Kills. Ja, das geht eigentlich. Kann man so lassen. Vielleicht spielen wir auch nur als, äh, als Trapper. Ähm, ich find' die Klasse doch relativ schick. Und ich muss mir das DLC besorgen für, äh, den schwarzen Anzug. Ähm, und... Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, ich komm' dir zur Hilfe. Ja, ich hab' mitgenommen! Komm' schon, den kriegen wir doch! Komm' schon! Baby, yes! Der Skill heute! Oh! So, es spielen heute sehr viele, ähm, Rechse. Das gefällt mir gar nicht. Sowas von gar nicht. Was, wo ist denn das hier? Hier, hier, hier. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Können wir mal einer verraten, was hier los ist? Was machen die Kandosaurus? Sind die besoffen? Alter, ich dachte, ich trinke zu viel, aber... Nein, ich trinke überhaupt nicht. Ich finde Alkohol echt beschämend. Also, ich muss sagen, äh, ist es ja, äh, 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 so, dass die meisten Menschen sich besaufen, weil sie ihre Probleme wegsaufen wollen oder müssen oder was auch immer. Und ich finde, das ist ein komplett falscher Entschluss, dass man, äh, dies so tut, wie es ist, weil die Probleme werden nicht besser. Nur weil man trinkt, das wird nicht besser. Das ist das Problem, was die, äh, auch die Jugend heutzutage haben. Und die Jugend ist ja so... Die wollen ja... ...cool wirken. Ähm, ich hab noch nie meinen... Warum schießt du auf mich? Ich will ja bloß normal spielen und ihr spielt hier nicht normal. Lass ihn hochkommen, ich will ihn. Boah, Alter, hat er den kleinen Raptor Card gesehen? Was ist... Ähm, nur mal zur Info. Ich bin auf den gleichen Server, bei dem wir des meisten sind. Don't kill me, motherfucker. Motherfucker, vor allen Dingen. Mother... Don't kill... Bist du besoffen oder so? Hallo, das ist ein Deathmatch. Wir sind hier auf Rex Rampage. Das heißt... Ja, okay. Fluff! Äh, Ruby, hallo! Ich... Alter, das ist so... So, hallo. Sag mal, kann es sein, dass du grad Brunst auch nicht geschossen hast? Ich muss nachladen. Scheiße. Es ist nur mit diesen Server heute los. Ähm. Warte, 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 warte. Ähm, wo ist denn der? Das ging voll daneben. Ich hab keine Munition mehr. Ich muss... Yeee! Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht. Ich wollte... Weißt du, was angenehm ist? Eine zweite Po-Ritze. Scheiße. Scheiße. Ich hab... Ich hab's probiert. Ja, ich hab's probiert. Er hat jetzt erfolgreich ein zweites A-Loch. Ähm, nicht A-Long, der Fischmensch, sondern ein A-Loch. Dilos, do not kill humans, okay? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Scheiße, wenn man hier nicht drüberkommt, ne? Ähm, lade nach! Ich muss unbedingt, ähm... God, Left 4 Dead heißt das. Ich wollte das unbedingt auch nochmal spielen. Aber ich weiß nicht. Es ist mir zur Zeit ein wenig zu viel, was jetzt alles da kommt. Ähm, bei Dingelsen ist es ja zum Glück... Also hier bei Broken Age. Und es ist ja relativ einfach. Ähm, weil ich da ja ohne Kommentar aufnehmen kann. Und das Ganze, ähm, gut auch mit Dingelsen machen kann. Ähm, kann someone help me, please? Thanks. Ähm... So. Ach, nicht doch. Ah, okay, ja. Alter! No! Kann ich nachladen? Danke. Boah, Alter. Der, der, der haut... Der beißt einmal zu. Und ich fliege 10 Kilometer in die Umlaufbaum... Umlaufbaum? Liffbuff? Willkommen in der... Herzliche Willkommen zu Österreich Fernseh. Ähm... Kill that stupid bitch. I mean, humans. Oh my god. What's wrong with the people in this game? Okay, warte, ich höre einen Panosaurus. Ah, ich höre einen Rex. Ich höre einen, ich höre einen... Ja, das finde ich schade, dass die Rexe einen immer als Radbohr die Kills einklauen. Warte, 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 ich komme mit euch. Eigentlich muss ich zur Zeit echt sagen, dass... Ich habe mich noch nie so viel getraut wie in letzter Zeit jetzt. So, ähm... Ich habe gestürzt. Okay, ich weiß Bescheid. Ähm... Ich warte auf dich hier oben. Ich brauche Kills. Tut mir leid. Kommt im dreifachen Pakt. Ja. Danke, danke, danke. Ja, ja, kommt nur, kommt nur. So. Ähm... Hä? Ah, jetzt wird es langsam mehr. Es wird langsam mehr. Wir sind in einem mehr... Ich habe mehr als neun Kills. Omni ist mit der Aufzählung Omma's nicht ganz richtig. Weil ich könnte nur die schwören, dass wir mittlerweile mehr Kills haben. Oh, Rex. Oh, Rex. Oh, Rex. Ihr habt das doch gerade gesehen, ne? Ihr habt das gerade gesehen. Ich war in der Mitte des... Und... Das ging nicht. Das kannst du nicht machen. Final Row. Alter, du hast einen echt geilen Namen. So, warte. Ich muss in Deckung gehen. Weil ich möchte ungern nochmal sterben. Ich interagiere aus den Kernen hier raus. Hm. Das war klar. Ja, das... Okay, also... Der Anfang hat mir besser gefallen. Ganz ehrlich. Der hat mir besser gefallen. So. Ähm... Wie kommt die hoch? Ich komme hier hoch. Äh... So. Fluffy! Hallo! Hallo! So. Okay. Ich werde das irgendwie nicht los. Sorry. Ich... Der Name ist so süß. Ich habe ja schon mal geschrieben, dass ich diesen Namen sehr mag. Ähm... Nein. Jetzt switchen die auch noch. No! Ich möchte als Trapper bitte bleiben. Oh. Oh. Tja. Ruby, wir sind jetzt ab sofort Feinde. Ich habe gesagt, ich mache heute nur Trapper. Nachladen! Lade noch! So. Das war. Gesmilimaum. Tsch. Vielen Dank.